Hallo, ich bin Marc Zutle. Für mich ist der schwarze Götter nicht nur ein Statussymbol, er steht vielmehr für den Blackbird Lifestyle. Als Schwarzkurt Träger fühle ich mich verpflichtet, meine Fähigkeiten immer weiter zu verbessern und mich fit zu halten. Deshalb trainiere ich jeden Tag. Aber wir müssen nicht erst Schwarzkurter werden, um zu leben wie ein Schwarzkurt. Fangen einfach heute damit an. Nehmt euch ein Springseil, geht laufen, macht Liegestütze, Kniebeugen und Sit-Ups. Meldet euch in einer Kampfkunstschule an und lebt wie ein Schwarzkurt.